Hi und herzlich willkommen bei MRTV. In diesem Video teste ich das Mikrofon der finalen HP Reverb G2. Das ist eine Frage, die wurde mir recht häufig gestellt und ja, in diesem Video werden wir es mal austesten und auch gleich vergleichen mit dem Mikrofon der Oculus Quest 2. Also bleibt dran, schaut das ganze Video und genau damit geht es jetzt los. Und heute mal mit einem etwas kürzeren Video und deswegen kommen wir jetzt auch mal gleich zur Sache. Die HP Reverb G2 habe ich ganz normal an meinen Rechner angeschlossen und die Oculus Quest 2, die habe ich per Link an meinen Rechner angeschlossen. Und jetzt kommen wir sofort zur Sache und testen die Mikrofone der beiden Headsets. Das hier ist das Mikrofon der HP Reverb G2. Mikrofontest des finalen Serie Modells der HP Reverb G2 und ich teste auch die Popgeräusche. Peter Pan pflanzt einen Pflaumenbaum. Peter Pan pflanzt einen Pflaumenbaum. Das ist der Mikrofontest der finalen HP Reverb G2. Das hier ist das Mikrofon der Oculus Quest 2. Oculus Quest 2 Mikrofon Check. Und auch hier teste ich die Popgeräusche. Peter Pan pflanzt einen Pflaumenbaum. Peter Pan pflanzt einen Pflaumenbaum. Das ist das Mikrofon der Oculus Quest 2. Wie ihr jetzt selbst gehört habt, hören sich beide Mikrofone wirklich gut an und egal ob ihr mit der G2 oder mit der Oculus Quest 2 am Start seid, ihr braucht euch da nicht für euer Mikrofon in Multiplayer-Spielen schämen. Und das ist natürlich wirklich wichtig. Bei beiden Headsets musste ich allerdings ein paar Einstellungen erst mal machen. Als ich die Quest 2 per Linkkabel an meinen PC angeschlossen hatte, funktionierte das Mikrofon erst mal nicht automatisch. Das musste ich erst mal einstellen und zwar in den Windows Sound-Optionen und da einfach das richtige Mikrofon wählen. Und das wird angezeigt, glaube ich, als Headset-Mikrofon, Oculus Quest, Virtual Adapter oder sowas ungefähr. Bei der HP Reverb G2 war das kein Problem. Das hat sofort richtig funktioniert. Aber der Gain war zu hoch eingestellt. Der war auf 100 Prozent und den habe ich dann auf 80 Prozent runtergestellt und dann ging es. Und dann gab es eben nicht mehr Übersteuerung. Also da müsst ihr schon drauf achten. Schaut auch mal in eure Windows Sound-Einstellungen, wo da der Gain ist. Und ich denke mal, das ist ein kleines Problem, was HP noch über Over-the-Air-Updates lösen kann, dass das sofort richtig auf 80 Prozent zum Beispiel steht. Ja, und das war es auch schon für dieses kurze Video. Mein Name ist Sebastian Ang und auf diesem Kanal hier geht es um die virtuelle Realität. Ich bringe euch unabhängige und ehrliche Reviews zu allen freien Headsets, zu VR-Zubehör und es gibt die neuesten Neuigkeiten und exklusiven Content, den ihr sonst so auf anderen Kanälen erst später seht. Also wenn euch das gefällt, dann abonniert diesen Kanal und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Und wenn ihr noch mehr Content von mir sehen wollt und wenn ihr mal einen Blick hinter die Kulissen werfen wollt und exklusiven Content noch eher sehen wollt, dann werdet ich Mitglied der MRTV-Elite. Für nur 1 Euro seid ihr dabei. Schaut mal nach unter MRTV-Elite.com. Ihr unterstützt diesen Kanal und das ich unabhängig, genauso wie jetzt, hier weiterberichten kann. Und ja, ich würde mich freuen, euch dort zu treffen. Das war es für dieses Video. Wenn es hilfreich für euch war, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.